Stefan Raab kehrt ins Fernsehen zurück. Für seinen Kampf gegen Regina Halmich soll er intensiv trainiert haben, mit eigenem Boxcamp und professioneller Unterstützung. Stefan Raab kehrt nach langer Pause ins Fernsehen zurück und tritt am kommenden Samstag gegen die Ex-Box-Weltmeisterin Regina Halmich an. Die Spekulationen rund um Raabs Fitness und seine Vorbereitungen auf sein Comeback lassen nicht nach. Stefan Raab trainiert sechsmal die Woche. Bild.de will wissen, dass Raab sechs Einheiten pro Woche trainieren soll. Viermal wöchentlich absolviere er zwei Trainingsdurchgänge täglich. Diese sollen intensive Cardio-Übungen beinhalten. Zusätzlich soll er sich professionelle Unterstützung durch ein erfahrenes Trainerteam geholt haben. Er hat jemanden mit großer Erfahrung an seiner Seite, berichten Vertraute gegenüber dem Boulevard-Magazin. Das Gerücht, dass es sich hierbei um Profiboxer Felix Sturm, der Raab bereits 2007 auf einen Kampf vorbereitete, handeln könnte, hält sich standhaft. Dieser lobte damals seinen, überaus ehrgeizigen, Charakter und, starken Willen. Wird Raab von den Klitschko-Brüdern unterstützt? Ein Video auf Instagram zeigt Raab beim Training mit Fitness-Influencerin Pamela Reif. Dabei erwähnt Reif einen ominösen, Doktor, der Raab helfen solle, in Form zu kommen. Verschiedene Medien spekulieren bislang, ob es sich dabei um Vitali Klitschko alias, Doktor Eisenfaust, oder Wladimir Klitschko alias, Doktor Stahlhammer, handele. Die Frage, ob einer der beiden Boxlegenden Raab tatsächlich trainiere, bleibt jedoch noch unbeantwortet. Stefan Raabs Kampfvorbereitungen Eigenes Boxcamp, Koch und Ernährungscoach Bild.de, enthüllt außerdem, dass Raab ein eigenes Boxcamp zu Hause aufgebaut haben soll. Das Camp umfasse einen Boxtrainer, einen Ernährungscoach bzw. Koch, einen Konditionstrainer und einen Physiotherapeuten. Aus Produktionskreisen werde zudem berichtet, dass an einem Trailer gearbeitet werde, in dem Raab humorvoll gegen mehrere prominente Frauen gleichzeitig in den Ring steigen solle, unter anderem Komikerin Ilka Bessin, Cindy aus Marzahn und Jenny Elvers. Ob dieser Trailer tatsächlich so umgesetzt werde, bleibe abzuwarten. Raab strebe einen Sieg an, um wieder im Rampenlicht zu stehen. Er will wie Phönix aus der Asche steigen, so die Quelle weiter.